Notrufzentrale, wie kann ich Ihnen helfen? Da liegt ein Mann auf der Straße vor den Regal Apartments. Hier ist überall zerbrochenes Glas. Und jede Menge Blut. Der atmet nicht. Serienmörder terrorisiert die verschlafenen Straßen Silents. Diese primitive Zeichnung einer Glocke wurde in den letzten Wochen an Tatorten mehrerer Morde hinterlassen. Die Bedeutung des Glockensymbols war ebenfalls ein Rätsel. Also muss ich herausfinden, wer mich umgebracht hat und ihn aufhalten? Slow balance rechts ab und ihn wieder inении der Küche verankert hat. Soll ich das für? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017